Was? Wuh! Lol, weil ich schon ein Bier habe kann ich kein Backpack haben. Arsche! Was ist für ein Kack! Wuh! 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 Ah, Gott ey, ich hasse es ey. Muss immer wirklich in die Ego-Perspektive ziehen, damit sie überhaupt was trifft. Alter, das scheint ihr denn dein Neunz aufsteht. So. Also hier ist irgendwie oben keine Action-Durren, das ist mehr Action. Wuh! 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 Ich berühre gerade fast den Baum, Alter! Ja. Boah, wahrscheinlich werden hier irgendwelchen Leute gekickt, lol! Ja, weiß was die machen, ne? Hm. Wenn ich mir überlege, dass sich selbst der Admin sich selbst ein Jet schießt, das wundert mich gar nichts mehr. Gibt dir recht. Machen wir jetzt die Kiesgrube. Wer jetzt noch jemand mitgekommen, könnte mal gucken, ob da irgendwas drin ist in der Kiesgrube. Aber wir können ja eh kein Ural mit uns führen. Das ist ja schon. Wir haben ja auch nur noch ein Militär-Ural, also. Davon habt ihr gesehen. Weil, ein theoretisch, ihr könntet doch, könntest du auch mal kurz nachschauen, ob irgendwo der Ural ist halt an seinen Punkten. Der Ural? Äh, nicht Ural, sondern der Yui. Ja, nach dem Yui schau ich da gerade. Ach so. Wenn wir den haben, dann geht's ab. Lacht mir mal bitte, also auf der Insel. Auf der Insel schau ich jetzt gleich, da gucke ich auf 100 Pro. Ähm. Dann ist wohl noch in Cerno. Da in Cerno. Und mehr kann ich eigentlich schon nicht anfliegen, weil mein Tank ist nur noch nicht mal ein Viertel voll. Ach so, hätt's zu lange gedauert oder so was. Nee, das noch nicht mal. Ich mein, ich hab ja nur 40 Liter einmal. So, wie groß ist denn der Tank, bitte? Oh, da pass was rein. Weil so ein Yui, ey, so viel kann er auch nicht schlucken eigentlich. Weil könnte eigentlich bei einem von den, äh, anderen Airfields eigentlich auch ein Yui sein, weil... Ich denke, es gibt so viele. Aber warte mal, rechts, was ist das? Da ist eins, da ist... Ja, für Insel ist keiner. Nein. Weil ich könnte, schwöre, noch irgendein Berg, irgendwo vielleicht bei Devils Castle oder so, könnte irgendwo Schraube was bauen. Weil, bei diesem Monday, da hat er doch auch immer irgendwas erwähnt. Dass da einer auch irgendwo an der Hütte spawnen kann. Weil du könntest auch mal kurz googeln. Ich? Jetzt? Hier? Nee, ich google jetzt gerade nicht. Nicht, wenn ich hier im Heli sitz. Ja, da sind da doch nicht. Nachher vielleicht, oder so. Wenn der Tank zum Beispiel schon wieder voller ist. Auf jeden Fall, den wieder hergeben tue ich nicht. Vielleicht nachher, wenn wir den, äh, Yui haben. Ja, dann auf jeden Fall. Wo ist denn der... Achso, der ist jetzt. Äh, jetzt habe ich wenig Psycho. Naja. Alter, ich habe richtig Angst, Alter, dass ich nicht mehr wieder zurückkomme. Scheiße. Glaub ich nämlich schon fast. Hä? Glaube ich nämlich schon fast. Ja, dann fliegt doch zurück am besten. Meine Verbindung ist rot. Eure auch? Nein. 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 Ah, okay. Hat sich gerade wieder eingependelt. Äh, wie viel hast du denn noch? Wovon? Äh, äh, hier, mit 10. Oder eher Kerosin. Kerosin. Ja, fängt jetzt gerade an zu blinken. Ich fliege jetzt noch ein bisschen größer und dann bin ich gleich wieder da, also... Ein, zwei Minuten. Ja. Ja. Sag mal, Alex, kannst du Raster lesen? Dieses Map Raster? Ja. Ja, warum? Ich weiß nicht, ich müsste sonst... Weil ich ihn ja eigentlich nicht wieder da hinstellen wollte auf dem R-Field. Wolltest du? Wie bitte? Ja, was, Raster? Ja, ich wollte ihn im Wald irgendwo mal hinstellen, nur... Äh, John kriegt nicht die Koordinaten rausgelesen. Wieso? Ja, 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 wo bist du? Oder was für ein Kandidat brauchst du? Ja, Moment, Moment. Ich wollte noch ganz kurz hoch. Loll, ich wollte ganz leicht bei... Weil Degen bald bei Lotha auch ne... Auch ne R-Field gibt. Bei Lotha gibt es das nämlich? Nein. Okay. Weil, wo wolltest du jetzt den nochmal verstecken? Ja, Moment, wegen Aufnahme. Was? Ich dachte eben gerade, da wäre ein Heli tröscht. Aber ich habe jetzt diese 100 Schlafmichthof gefunden. Ja. Ja, das ist im Wald, oder? Ja. Also, ich habe jetzt nicht... Sag nochmal an. Oder weiß ich gerade nicht. Ja, ich bin gerade am Fliegen, die auf dem Kopf weiß ich es nicht. Müsste ich mir jetzt gucken. Aber das kann ich sofort machen. 100... Jetzt ne 106 oder so, hast du gesagt? Nein. Ja, Moment. Und lass die Zoll. Boah, wo ist das? 1006. Ne, ich nix und 1006. Zwei und halb Kilometer. Dann... Wo ist die Pucke geben, rauf? Ja. 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 Ich glaube, hier gibt es nur, da heißt es schwarz, aber jetzt ist es überhaupt versetzt. Was ist bei jetzt? Oh, das fällt doch. Ich glaube, es wird dort schwarz, wenn er kürzt, oder? Oh ja, ich bin sofort dort. So, Moment. Gut. Ähm... Gut. ... Untertitelung des ZDF, 2020